Kim Bloss, 28, hat Ja gesagt, und zwar nicht zu knapp. Die Sängerin steckt aktuell in einer dreitägigen Hochzeitsfeier. Am Donnerstag heiratete sie ihren Mann Alexander Belia eigenstandesamtlich. Am Freitag hieten die beiden eine kirchliche Zeremonie ab und am heutigen Samstag lassen die Polin und der Russe die Feierlichkeiten nach polnischer Tradition bei einem Hever-Brandsch ausklingen. Jetzt zeigt sich Kim erstmals und präsentiert dabei ihren zauberhaften Look. Kim bleibt sich treu. Nachdem die Mutter einer Tochter sowohl für Standesamt als auch für die kirchliche Zeremonie weiße Spitzenkleide ausgewählt hatte, trägt sie auch am heutigen Samstag, also am dritten Tag ihrer Sause, ein helles Stöffchen mit Verzierung. Dieses Mal ist ihr Kleid allerdings schulterfrei und kurz, die beiden vorherigen Roben begeisterten mit langen Schleppen. Zu dem Spitzenlook kombiniert Kim, ganz im Stil eines Hever-Brandschs, eine XXL, Sonnenbrille und weiße Latschen. Die Musikerin und ihr Ehemann feiern in der italienischen Hauptstadt Rom mit knapp 100 Freunden und Familienmitgliedern. Mit dabei waren auch die Influencer Jessica Pasca, 31, und Johannes Halle, 33. Den Hever-Brand schließen sich die zwei allerdings entgehen. Sie machten stattdessen Sight-Sing. Tipps für Promiflash? Einfach e-mailen tips-at-promiflash.de Musik Untertitelung des ZDF, 2020